So, weiter geht's! Auf zum Minispiel! Oh Gott. Ich soll wieder Roulette spielen, das wird ja wieder was. Ich setze diesmal sieben Leben ein. Diesmal krieg ich aber bitte mal drei. Nein, 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 nein! Oh, nicht schon wieder. Wieder alles verloren. Ich habe nur 90 Leben, wie soll ich das Spiel noch durchschaffen? Oh Gott. Aber bloß auch mit dem, der Boss ist scheiße. Egal, ich komme nicht drumherum. Mobius-Testung. Ah, Mobius, Sonic. Yippie! Äh, was ist da drin? Bäh. Äh, okay. Was ist zu denn hier? Wow. Habe ich irgendwas, um dich zu tönen? Ich glaube nicht. Ich glaube, hier ist auch mal ein Pao oder sowas. Pao oder Wolke, dann kann man den killen. Und ich glaube, wenn man den gekillt hat, kriegt man halt eine Information, wie man die Minigames auf der Map freischaltet. Die ganzen Duell-Minigames und so, die kann man nämlich auch gegeneinander spielen. Aber ich weiß nicht mehr, wie die Taskformation ging. Wow. Okay, in Sachen, es geht euch nicht gut, geht es euch wohl nicht gut. Okay, deswegen muss ich mir keine Sorgen machen. Irgendwie ist es trotzdem komisch, auf diesem Schleim zu springen. Oh, oh, oh. Oh, oh. Sterne. Hm. Hm. Ich mich nicht. Das war mein letzter Schuss, glaube ich. Das ist schlecht. Oh, Tom, ich komme nicht ran. Juhu, boi. Oh mein Gott, was für eine Stachel-Scheiße. Oh mein Gott, was für eine Stachel-Scheiße. Geschafft. Äh. Ich hab sie an die Wand geklatscht. Jaucha. Boah, ey, was das für mal scheiß Gegner sind. Kommt da auch noch was raus oder ist das ein Eingangsrohr? Aber... So, auf jeden Fall gar nicht rein, aber... Oh, okay. Meins. 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 Oh, nice. Ich glaube, das muss ich dieses Ding schon wieder aktivieren. Kann das sein? Jep. Das sind immer dieselben Yoshis. Das sind doch immer dieselben Yoshis. Also... Der Gelbe macht immer den Zwischenboss und der letzte macht, glaube ich, immer der dunkle Blaue. Kann das sein? Das ist dann der ganz harte. Das hier ist der mit dem trübsinnigen Blick. Ich erinnere mich an Siddig-Boom in dem Kampf. Und an Burk-Burk. Wo ist das denn? Grün. Oh Gott, ich kann den nicht auffressen. Zumindest kann ich ihn nicht wunderschlucken. Du 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 du. Ich kratze mich hier mal am Bauch. Oh nein, Moment. Er ist da rein, die alte Song. Jetzt können wir nur eine Treppe zur Zeit aktiv sein. Ob ich es richtig habe? Ob ihr wirklich richtig seht, seht ihr, wenn die Flammen angehen? Ja! Mal sehen, wo komme ich hier oben hin? Dankeschön. Das ist so geil sein in der Gäse hier. Ne, sonst ist doch nichts erschienen. Hm. Oh. Meitere Point Action. Doch, das hat Ende hingegeben. Wie beginnt bei mir noch dem Weg? Welche Felder Maus macht ja nicht meiner Zunge aus? Über den Verdauungstrakt. Hm. Okay, der weg ist ... Der Pfeil ist eindeutig. Wow, okay. Dann gehen wir doch in die Richtung. Dieses Schloss hat jetzt irgendwie auch Damage bekommen. Nein, oh, das sieht ja böse aus. Oh, ich habe eine Prozent zu kriegen, was ich hier. Scheiße. Hölle sein. Komm schon, Baby. Komm her, komm her, komm her. Scheiße, Mann. Ich kann ja nicht aber runterspringen. Den Zungen habe ich auch nicht frei. So ein Dreckig. Oh, sehr schön, Sterne. Ich hätte vielleicht noch zwei Sekunden warten sollen, aber schade hat er, hat er, Bruder. Wow. Wow. Hopp's auch durch, hopp's auch durch, hopp's auch durch. Scheiße auf alle, also scheiße auf die roten Münzen, scheiße auf die Blumen, Mann. Aber ich kann mich immer noch bei Sugi angucken. Was im Fuck? Das gefällt mir nicht. Was für ein Lazy Ghost. Nein! Oh ja! Da sind meine Babys! Yagi! Bin ich ein Mensch, hätte ich eine Sorge, der einigen kann? Aua! Wow! Oh! Oh! Wow! Ich glaube, hier wird nichts passiert, oder? Ehrlich gesagt will ich gar nicht so genau wissen. Wow! Abwärts bitte! Ich bleib jetzt übergeduckt. Wow! Und Dukin! Ist klar, hier müssen wir jetzt mal runter. Oh, Scheiß, Mann! Komm mal her mit den jungen Kindern! Verdammt, jetzt hab ich das Ding gekillt, aber trotzdem keine rote Münze bekommen! Junge Kinder mit den jungen Pferden, Mann! Mal fünf Minuten! Mal fünf Minuten! Mal fünf Minuten! Weißt du, dass mich das einmal so gar nicht interessiert? Mal fünf Minuten! 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 Oh Gott, Midwaypoint, 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 Midwaypoint. Es kann auch nicht mehr ewig dauern, dass ich hier ein Ziel sind. Wahoo! Ah, ich wusste es doch. Und Ziel! Ah, wir haben es geschafft! Moment, da war noch was. Was? So eine böse Musik? Komm nicht, äh... Hätte ich ihn auch vorher abknallen können? Du bist wirklich sehr stark, Yoshi! Bei diesem Gegner wirst du aber keinen Schwachpunkt finden! Ich hasse diesen Boss, ey, der ist so schwer. Das ist doch nicht der Halbwurst, wieso kommt diese... Ah... Ja, gut. Scheiße! Wir müssen den halt killen, bevor er uns runterschiebt. Verdammt! Komm her mit den Eiern. Wo spuckst du dir denn hin, Mann? Oh Gott, er ist noch nicht besiegt. Haha! So viel zu keinem Schwachpunkt, was? Tja... Hättest du nur Doppelherz trinken müssen. Puh! Yay! Und dann haben wir den zwei schwersten Boss im Spiel gesiegt. Ja, wirklich. Sehr schön. Nicht schön. Ganz knapp geschafft. Also bestanden halt. Trinken wir mal einen Schlag Apfelschorle. Oh nein! Boah! Ich hasse aber schon Schorle. Gut, machen wir hier einen Schnitt. Ich danke fürs Zusehen und sage Bye-bye!